Wie angekündigt, hier noch ein weiteres Video zum Thema Navigation, was ich hier mal betitelt habe mit weiterer Aspekte. Ich hätte auch Sonstiges hinschreiben können. Es geht also um die Kombination von dem, was wir jetzt unter Navigation so hatten, als Navigation auf Ausschnittsebene und auf Indexebene, mit einigen spannenden anderen Techniken. Zunächst einmal Navigation kombiniert mit anderen Forderungen. Da können natürlich Konflikte auftreten, aber es kann sich natürlich auch hochpushen. Es können dann neue Szenarien auftreten. Und wenn man die Navigationstechniken mit Beeinflussbarkeit verbindet, dass man also sagt, eine Navigation ist ja ein Prozess. Es kann ja längere Navigationsprozesse geben. Und das wäre schön, wenn ich einen Navigationsprozess festhalten könnte, wenn ich den unterbrechen kann. Also abbrechen einer Navigation geht meistens gut, aber unterbrechen einer Navigation, das wäre doch irgendwie interessant. Und wie geht sowas? Da kann man sich ein paar interessante Ideen rausziehen, was das sein könnte. Manches davon ist technisch umgesetzt und anderes eher nicht. Interessant sind zum Beispiel Verläufe, Abläufe, Trails könnte man sagen, wenn man die abspeichern könnte. Das ist interessanterweise in einem Konzept aus den 30er Jahren, dem sogenannten Memex. Wenn ihr dazu vielleicht mal, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal im Netz danach suchen. Memex, also ein Vorgänger von Hypertextsystemen. Nur hypothetisch erdacht mit der damaligen Technik, mit Mikrofilm und allem Möglichen. Aber da wäre es möglich gewesen, wenn das so gebaut worden wäre, dass man Verbindungen zwischen Objekten und die Reihenfolge, in der man sich bestimmte Inhalte angeguckt hat, abspeichert als sogenannte Trails. Das ist doch ein spannendes Feature. Gibt es sowas? Nicht so richtig. Also ich kann nicht meinen Browserverlauf, den ich jetzt vielleicht gerade gehabt habe für einen bestimmten Inhalt, abspeichern oder ein Suchergebnis abspeichern. Ja, das geht sogar teilweise. Aber einen Verlauf, einen Ablauf abspeichern, da mag es irgendwie einzelne Projekte geben, aber weit verbreitet zumindest ist das nicht. Aber ansehen kann ich sie. Man kann zum Beispiel sowas wie verlaufsbezogene Breadcrumbs machen und jetzt würde der Name auch viel besser passen als Brotkumen-Navigation oder Ariadne-Faden-Navigation, die also wirklich die Schritte, die ich gegangen bin, darstellen. Nicht wie jetzt beim letzten Mal eine Positionierung innerhalb einer Baumstruktur darstellen, sondern wo wirklich die Schritte, die bei nacheinander abgelaufen ist, dargestellt werden. Hier zum Beispiel Hypertext, Hyperlink, Totalink, World Wide Web, Hypertext. Wir sind also wieder zurückgegangen und dann Lost in Hyperspace, also einfach so hintereinander weg. Wenn ich sowas darstelle, dann habe ich den Verlauf, meinen vorherigen Verlauf, meinen Navigationsverlauf, wenn man so will, festgehalten als Objekt und kann den wieder referenzieren. Schön wäre es, wenn ich den auch abspeichern könnte, unabhängig von den weiteren Verläufen, die dann da kommen. Zugreifbarkeit gibt es von sowas, habe ich schon mal gesagt, so wenn überhaupt, in so etwas wie einem Browserverlauf. Oder auch im Browser, wenn wir schon beim Browser mal gerade sind, ich habe etliche Tabs geöffnet, die Möglichkeit, dieses komplette Arrangement von Tabs abzuspeichern. Und zwar nicht nur dafür, dass ich es beim nächsten Mal wiederverwenden möchte, das ist natürlich auch eine sinnvolle Funktion, sondern dass ich sage, das ist ein Arrangement von Tabs, von Dingen, die ich jetzt gefunden habe. Und das möchte ich abspeichern und bei nächster Gelegenheit wieder aufrufen können, aber zwischendurch kann ich auch ganz andere Dinge tun. Auch dann würde ich einen, naja, in diesem Fall eine Art Stöbern, ein Browsing als Objekt speicherbar machen. Und auch suchen, bei suchen ist das auch möglich. Bei suchen sieht man es hier rechts, hier wurde das Wort Ergonomie gesucht. Und diese Suche kann man abspeichern hier beim Macintosh und kriegt dann einen, so einen intelligenten Ordner, wie das genannt wird. Und wenn man den anklickt, dann ist das ein Ordner, in dem immer die Ergebnisse dieser Suche drin sind, aber immer aktuell bezogen auf den aktuellen Stand der Elemente auf der Festplatte. Also in all diesen Ebenen, egal ob suchen, stöbern oder navigieren, wäre es sinnvoller, wenn man diesen Navigationsprozess zum Objekt machen kann. Das ist etwas, da ist an vielen Stellen, glaube ich, noch vieles zu holen, weil soweit dann irgendwo nicht gedacht wurde. Nächster Aspekt, den ich euch sagen will, ist, Navigationstechniken lassen sich natürlich kombinieren und werden oft kombiniert. Und hier, finde ich, sieht man das wirklich sehr, sehr schön. Das Beispiel ist uralt. Also ihr seht einen ganz alten Netscape in einem ganz alten macOS. Aber was hier alles für Navigationstechniken drin sind, finde ich sehr spannend. Zum einen haben wir hier eine Scrollbar für den Fensterinhalt. Dann haben wir hier einen zweistufigen Zugriff auf Kapitel. Gut, dass die einen jetzt 1, 2, 3, 4 heißen, ist vielleicht nicht so besonders intelligent, aber möglich ist es auf jeden Fall an dieser Stelle. Hier haben wir den Zugriff auf die Untersektion, deswegen ist es ein zweistufiger Zugriff. Und hier haben wir die Kapitel mit Größenangaben und Positionsanzeige. Und das ist eine interessante Technik, die eine Alternative darstellt zur reinen Scrollbar. Was ich aber am letzten Mal gesagt habe, man müsste dafür eigentlich, weil die Scrollbar selber heute ins Hintertreffen gerät, neue Navigationstechniken, neue Darstellungstechniken finden. Und diese ist doch spannend. Ich sehe die Kapitel hintereinander, sehe, wo ich bin durch diesen roten Pfeil da und sehe, welche Kapitel wie groß sind. Ich sehe also einen mich im Verhältnis zum Ganzen. Und das ist ja genau wieder diese Möglichkeit von Navigation, wenn ich das dann auch noch anspringen kann. Ich weiß hier nicht, wie es gelöst wird. Ich kenne tatsächlich jetzt hier nur dieses Bild, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch noch Tooltips gab. Das heißt, wenn ich etwas drüber gezeigt habe, habe ich gesehen, was sich dahinter eigentlich verbirgt, was mir dann auch noch die Möglichkeit gibt, darin Dinge direkt anzusprechen. Das ist eine spannende Technik, finde ich, von der vielleicht eine moderne, etwas grafisch ansprechendere Version heute sehr, sehr sinnvoll sein kann. Eine kleine Seitenbemerkung übrigens. Ihr seht hier die Scrollbars und das sind genau die, ich habe ja mal in einem der Videos gesagt, der Atari hatte Scrollbars wie heute auch üblich, wo sich die Größe des Feldes, des Scrollfeldes anpasst. Und hier sieht man genau, wo das nicht der Fall ist. Also diese Scrollbars, diese Rollfelder hier, diese Elemente sind immer genau gleich groß. Das war bei Apple bis zu Mac OS 8.5, glaube ich, in den 90er Jahren immer der Fall. Und das ist schon spät in den 90er gewesen. Und auch da war die Standardeinstellung immer noch die. Man konnte das da umstellen. Also das nur noch mal zur Erläuterung, wo ich jetzt gerade dieses Bild hier sehe. Eigentlich wollte ich diese Schönheit darstellen. Viele Navigationselemente in Kombination und vor allen Dingen dieses da unten als wirklich immer noch innovativ, obwohl hier vor Jahrzehnten umgesetzt. Ein weiterer Exkurs, ein anderer interessanter Bereich, was man vielleicht noch mal so machen könnte, seht ihr hier, was so ein bisschen zusätzlich genutzt werden kann zum Zoomen und Scrollen. Eine Kombination, wenn man will, daraus, wo man auf einer Darstellung nicht alles in gleicher Größe hat. Was ihr hier seht, ist eine sogenannte Fischei-Visualisierung. Immer da, wo ich bin, werden die Dinge groß dargestellt in vielen Details. Und weiter außen sehe ich noch, dass es da was gibt, sehe auch, welche Strukturen da sind, aber kann es nicht mehr genau erkennen. Aber ich behalte dadurch ein gewisses Gefühl für den ganzen Kontext. Und diese Fischei-Navigation oder überhaupt Fischei-Darstellungen sind sehr spannend, wenn es um die Darstellung größerer Mengen geht, weil man dadurch irgendwie beides kombinieren kann, was bei verschiedenen Zoom-Stufen eine Problematik ist und bei reinem Scrolling ja eigentlich gar nicht gelöst wurde, weil ich das große Ganze irgendwo aus dem Blick verliere, wenn ich nur Scrolling anbiete. Diese Fischei-Technik ist angelegt, also vom Namen her an das Froschaugen-Objektiv, sagen wir bei uns im Deutschen, nicht Fischei, also an eine bestimmte Optik, ein extrem weitwinkliges Objektiv, was so weitwinklig ist, dass zum Rande hin eine extreme Verzerrung eintritt. Und das ist dann das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Es ist ähnlich wie diese Darstellung hier der Zeitschrift New Yorker. Und was hier dargestellt wird, ist auch die Weltsicht eines New Yorkers. Und schaut mal, was ihr da seht. Ihr seht auf der 9th Avenue, wo natürlich das Leben tobt in New York, da seht ihr alles ganz genau. Da seht ihr einzelne Menschen, da seht ihr Autos, da seht ihr Läden. Da haben wir ganz viel Details. Und wenn wir weiter nach hinten gehen, dann werden es immer weniger Details. Ich sehe noch große Strukturen, ich habe noch eine Einordnung, aber nicht mehr so richtig viel. Also die 10th Avenue sehen wir noch. Danach hört es damit quasi schon auf. Dann kommt der Hudson River, dann Jersey und dann kommt der ganze Rest Amerikas. Und das ist irgendwie alles nur noch irgendwie so in Landmarken zu sehen, wenn man das so nennen möchte. Dann kommt der Pazifik und hinten haben wir Japan, China, Russland. Das ist nur noch überhaupt, dass es das gibt, ist bekannt. Aber was es da gibt, davon weiß man eigentlich wirklich überhaupt nichts mehr. Das ist natürlich eine etwas lustig gemeinte Darstellung. Vor allen Dingen auch auf die Selbstbezogenheit der New Yorker abzielend. Aber das ist genau das Prinzip, was wir bei einer Fisheye-View haben. Da, wo wir sind, haben wir sehr viele Details. Und nach außen hin werden es immer weniger Details. Und da hat man einiges versucht mit dieser Technik. Rechts zum Beispiel seht ihr eine Fisheye-Darstellung eines Kalenders. Und hier sehen wir das nicht so, dass die Elemente selber kleiner werden wie vorhin noch, sondern dass sie weniger Details haben. Also hier ist es so, dass wir am heutigen Tage, an dem wir uns befinden, sehr viele Details haben. Und je mehr wir in die Zukunft gehen, desto weniger Details werden dargestellt. Das ist ja in Kalendersystemen sonst nicht so. Ich kann sagen, ich möchte eine Tagesdarstellung haben, eine Monatsdarstellung, eine Jahresdarstellung. Das ist alles kein Problem. Wochendarstellung gibt es auch noch dazwischen. Aber egal, wo ich die Wochendarstellung mache, die Detailtiefe ist immer die gleiche. Hier wäre die Idee, heute sehe ich alle Details. Für morgen sehe ich nur eine Zusammenfassung. Für die nächste Woche kriege ich vielleicht eine ganze Wochenzusammenfassung und so weiter. Und ich kriege dann einen größeren Überblick. Aber immer mehr Details, je näher ich an diesen Zeitpunkt rankomme. Auch das ist dieses Prinzip dieser Fisheye-Views. Und als letztes dazu noch hier die Möglichkeit der Fisheye-Ansicht als Hyperbolic Tree. Also wenn man eine Baumstruktur hat, da ist vor vielen Jahren schon so eine Art der Visualisierung entwickelt worden, wo immer der aktuelle Knoten in der Mitte ist. Und nach außen hin sieht man dann den Baum quasi kreisförmig da drumherum. Und ich sehe auch, in welche Richtung sich wie viel weiterentwickelt. Aber die Details sehe ich halt nicht. Und das Ganze ist dann animiert. Das heißt, wenn ich mich da hinbegebe, dann sehen wir, wie es dann da detailreicher ist. Und das zeige ich euch gerne im Video. Die Hyperbolic Tree Browser ist eine Fokus-plus-Context-Technik für Browsing-Large-Hierarchies. Hier sehen wir ein recenter Org-Chart von Xerox PARC, mit über 300 Nodes. Die root der Tree ist in der Mitte der Circle. Und die successive Levels der Tree sind die Flöge und die Flöge zu der Ende der Circle. Die Ende ist kind of wie ein Vanishing-Port. Spacings werden smaller und smaller als Nodes approachen die Ende, aber die entire Tree ist in der Mitte der Circle. Die Struktur der Tree ist prominent, wenn man ein Nodes ist zu klein, zu displayen Text. Egal, Staff Positions kann sich aus den Linen auszuladen. Bei klicken auf ein Nodes, wir bringen es in die Fokus-Area. Thus, wir sehen mehr von der Teil in der Art von der Org-Chart, während man den Kontext zu der Hole. Wir können also grab ein Punkt in der Space und dragen es wie wir gerne. To achieve Crisp-Draggung und zu keepern die Transitions unter 1 Sekunden, Rendern der Tree ist gegründet in ein paar Worte. Notice, dass die Arcs sind in den Strait-Linen, und lessen die Exponential Fringe ist gegründet. Die Hyperbolic Browser, wie andere Fokus-Plus-Context-Techniken, deals mit der Schrein-Schrein-Space by showing mehr über ein paar, amidst ein paar über ein paar über ein paar. Hier, wir benutzen Wafers zu zeigen die amount of space available für Node-Information. Notice, wie Nodes growen als sie approachen die Center und shrinken als sie recede. Wir können interactively adjusten, wie Spaces proportionate, say, vielleicht zu introduceen Spatial-Socialismus. Das als Ergänzung vielleicht zu der Idee der lokalen Karte, die ja in einem der letzten Videos vorgekommen ist, dass man das natürlich dynamisch gestalten sollte, habe ich da schon gesagt. Aber da könnte man natürlich auch so eine Technik einsetzen, das geht ja nicht nur mit Bäumen, das ginge ja auch mit Grafen, bei der man die lokale Umgebung größer sehen kann, aber das große Ganze auch immer sehen kann. Und das ist natürlich eine interessante Technik. Also hier ein paar Anregungen vielleicht für Ideen zu zusätzlichen Möglichkeiten in der Navigationstechnik, sowohl für Ausschnittswahlen als auch für Navigation auf Index-Ebene, wo sicher noch viel möglich ist. Wir sind in einer Zeit einer starken Standardisierung, wo auch selbst wenn neue User-Interfaces gebaut werden und selbst wenn neue Geräte dazukommen wie diese, es natürlich User-Interface-Änderungen gibt, aber es immer kleinere Abwandlungen von etwas schon Bekanntem sind. Während das hier, obwohl jetzt mittlerweile alt, doch nochmal eine ganz andere Perspektive hineinbringen würde und zwar viele dieser Ideen. Denkt da vielleicht mal drüber nach. Wenn ihr Software entwickelt, vielleicht baut ihr dann sowas damit ein, auch wenn es natürlich Aufwand ist, weil man nicht mehr so schön auf solche Widget-Sammlungen zurückgreifen kann, wie man das sonst kann, wenn man sich an die Standards hält. Aber nur Standards ist halt auch nur Standard. Das ist jetzt aber wirklich das, was ich euch zur Navigation erzählen möchte. Natürlich könnte man auch ganze Vorlesungen nur über Navigationstechniken machen, aber wir wollen es an jeder Stelle dabei belassen und vor allen Dingen auf diese beiden wichtigen, großen Aspekte der Navigation innerhalb von Objekten, also der Ausschnittswahl und der Navigation auf einem Index nochmal hinweisen und die drei großen Forderungen, die ja bei unserer Orientierung die ganze Zeit eine große Rolle spielen, nämlich die Erschließbarkeit, die interne Konsistenz und die Kontinuität, die wir ja hier in der Navigation auch alle drei die ganze Zeit quasi bei uns haben. Und wir machen jetzt weiter in diesem Bereich Orientierung mit einem noch großen, wichtigen Bereich, nämlich dem Bereich Modus und ob man Modi nun vermeiden sollte oder nicht vermeiden sollte.